Einen Community-Manager hat es zum Beispiel noch nie gegeben. Er wäre wichtig gewesen, weil immer wieder Fragen unbeantwortet geblieben sind. Geld für ordentliches Marking in die Hand nehmen? Fragezeichen. Fehlanzeige. Kryptoveranstaltungen Dubai, Europa besuchen, um sich zu präsentieren? Fehlanzeige. Incentive reisen stattdessen, obwohl Ziele nicht erreicht sind? Check. Okay, let's go. Sehr lange Frage, aber fangen wir mit dem Thema Community-Manager an. Also natürlich gab es Community-Manager oder gibt es Community-Manager. Wir haben sogar eigene Community-Manager nur für zum Beispiel den asiatischen Raum gehabt. Also natürlich gibt es die Community-Manager. Bitte da auch mal auf englische Gruppen oder sowas achten. Aber zusätzliche Informationen zum Thema Community-Manager. Ich habe schon im Dezember quasi alle Kosten von SSD quasi auf ein Minimum runtergekillt. Und da waren auch die Budgets für die Community-Manager dabei. Also hier gibt es eine Restrukturierung, was das angeht. Also insofern verstehe ich, dass da vielleicht ein bisschen weniger Aktivität gesehen wird. Aber gerade letztes Jahr gab es mehrere Community-Manager. Ja, ich glaube zeitgleich um die sechs, sieben Stück oder sowas. Also ja, also dass es die nicht gab, das ist eine Fehlinformation. Was war die nächste Frage? Kryptoveranstaltungen Dubai, Europa. Also letztes Jahr haben wir diese Kryptoveranstaltungen gemacht, haben ein Budget freigegeben für Niklas Darwinghausen und die Core-Veranstaltung. Wo war das nochmal, Dennis? Wir waren ja immer noch nicht vor Ort. Wo in Ungarn? Rumänien, Rumänien. Ah, Rumänien, Entschuldigung. Ja, also Veranstaltungen gab es, ja. Und also, aber Veranstaltungen jetzt aktuell gerade Messestand kaufen oder sowas auf einer Kryptoveranstaltung sehe ich. Wobei natürlich solche Veranstaltungen, das sind ja auch eher so repräsentative Sachen. Ich sage mal, was wirklich dabei rumkommt, das lässt sich halt sehr, sehr schwer messen. Und ich sage mal, dass, ja, ob das dann halt dann die besten Ausgaben sind, ist immer so eine große Frage. Und du schreibst hier in dem Kommentar auch, ja, Incentive-Reisen stattdessen, check, ja. Und das ist eigentlich auch so etwas, was ich persönlich glaube, ein viel größeres Gewicht hat, ja. Natürlich ist es schön, sich irgendwo auf einer Messe zu präsentieren, wo irgendwelche Leute, die nichts mit dem Projekt zu tun haben, vielleicht von dir erfahren. Aber, dass die Top-Leute, die Top-Umsatz bringen, hier auf Incentive-Reisen gehen, ich glaube, das ist, wenn wir uns aus der Vergangenheit einfach mal angucken, was wir da so gemacht haben im LK, ist das immer ein Weg gewesen, der eigentlich am meisten motiviert hat, das Team am meisten zusammengeschweißt hat und einfach viel besser investiertes Geld ist, als irgendwo auf ein Event zu gehen, weil man einfach die Leute besser bindet und ein besseres Verhältnis hat und dementsprechend auch belohnt, oder? Sprechen wir über Incentive-Reisen, also Incentive-Reisen, jetzt gerade das nächste Incentive ist für den März geplant, ja, dazu gibt es auch bald wieder Informationen. Aber der Punkt ist, Incentives sind messbar, ja, die Verkäuferresultate sind messbar. Hat sich jemand dazu qualifiziert, zahlt er nichts, genießt er das. Hat er vielleicht noch mal mehr Umsatz gemacht als der andere, genießt er das vielleicht in einer etwas optimierteren Version. Also es gab kein Incentive, welches nicht messbar war, also ausnahmslos waren die alle messbar. Und auch dort war natürlich auch starkes Marketing im Nachhinein präsent, also ich fand das immer ganz gut, ja, aber kann mir auch vorstellen, dass es weniger Incentives im Jahr 2023 gibt. Es muss wirklich messbar sein, aktuell haben wir nichts messbares, ja, aber wenn wir wieder was messbares haben, dann ist das natürlich einfach, qualifiziert sich jemand dafür, wunderbar. Super, dann ist er da dabei, qualifiziert er sich nicht dafür, macht er den Umsatz zum Beispiel nicht oder diese Aktivität nicht, dann ist das ja kein Geschenk oder so, sondern sind die Leute einfach nicht dabei, sondern müssen das bezahlen. Also ich finde, das ist schon immer sehr gut abgelaufen, in meinen Augen. Vom Franz, wann Abstimmung bezüglich Mountainwolf-Listing, denke ich, Mert will wenigstens dorthin. Und wie wirken wir gegen schlechte Nachrichten in Google, Scam und so weiter? Franz, super geniale Frage. Ich finde, wir sollten das schon nächste Woche machen. Ich werde das jetzt gleich auch dem Daniel schreiben, dass wir für nächste Woche ein Voting machen bezüglich Mountainwolf, ob das wieder ein Thema ist, was euch interessiert. Ich wusste das nicht, weil ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir weniger als tausend Kunden bei Mountainwolf hatten, dass einfach Mountainwolf nicht so gut in der Community ankam. Aber lasst uns gleich nächste Woche ein Voting machen. Dennis, bitte, lasst mir das nicht vergessen. Ich werde das jetzt hier gleich nochmal auch parallel aufschreiben. Ja, Scams zum Thema, oder halt, sag ich mal, Google und Scams und Krypto, also in einem Atemzug, dürft ihr nicht vergessen, Freunde, ja, wird halt oft Scam und Krypto verwendet. Also Schlagwörter wie Scam ranken einfach, also es wird auf Google immer geben. Das gab es von mir schon vor, ja, keine Ahnung, sieben, acht Jahren. Ja, das gab es von jeder Firma, von jedem Projekt. Ja, Leute, die einfach eine große Distanz dazu haben, die alle Informationen haben oder einfach nur die anonymen Profile genießen, schreiben halt gerne sowas. Man kann sich da nicht zu 100% wehren, ja. Aber ich denke, wir sind allgemein auf Google und so weiter gut aufgestellt, nicht schlecht aufgestellt, dass wir kein Scam sind. Ich meine, da brauchen wir eigentlich nicht diskutieren. Wir sitzen hier zwei Jahre jetzt schon aktiv am Projekt. Ich glaube, das ist für alle geklärt. Aber es wird sich niemals zu 100% vermeiden lassen, ja, also egal, was du eingibst im Internet. Es werden immer die Negativität, oder es wird immer die Negativität ranken, ja. Selbst wenn du Mutter Teresa googlest, ist der zweite Artikel der Dark Side of Mother Teresa. Ich kannte sie jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, sie hat ziemlich viel Gutes getan, die Frau. Was ich damit einfach sagen will, ist, der Punkt ist, Negativität bringt Views. Und deswegen wird es über jedes Projekt dieses Scam, ist das ein Scam-Fragezeichen geben, Leute werden draufklicken, das bringt Traffic. Zu 100% kriegt man das nieder, wirklich weg. Aber wir sind da natürlich dahinter, das Google und so weiter. Und wie man das auch wegkriegt, Leute, indem man einfach Blogartikel schreibt, Videos macht und so weiter. Da ist natürlich auch die Community gefragt, einfach Berichte zu schreiben, Erfahrungen und so weiter. Je mehr positive Sachen natürlich da sind, desto weiter rutschen die Negativen. In den meisten Fällen auch nach unten. Aber, Eike, du sagst, das Internet lebt von negativen Nachrichten. Guck mal, schalt mal den Fernseher ein und Nachrichten, da kommt nichts Positives. Das zieht halt nicht. Und so ist es halt auch. Aber da möchte ich nochmal einhaken. Es ist ein Community-Projekt. SSD ist ein Community-Projekt. Auch dieses Jahr wird die DAO nochmal deutlich relevanter als in der Vergangenheit. Was ich damit einfach sagen will, ist, wenn ihr Kommentare seht, dann kommentiert die gerne gegen. Gerade auf CMC habe ich jetzt gesehen, hat mir jemand auf Telegram wieder zugeschickt, gibt es negative Kommentare. Hinterlasst gerne mal einen positiven Kommentar. Aber wie auch immer, nur gesagt, es sei ein Community-Projekt. Also wenn ihr Negativität im Internet über SSD seht, ihr das nicht so denkt, dann schreibt das super gerne dazu und gebt gerne ein positives Feedback oder einen positiven Kommentar ab. Erklär doch mal den Fee-Refund-Pool genauer. Elmar, der Fee-Refund-Pool ist ja relativ einfach zu erklären. Bei jedem Swap, den du hier durchführst, auf der DEX entstehen Gebühren. Und wenn du in diesem Transaction-Fee-Refund-Pool bist, hast du die Möglichkeit, ja, bis zu 100% dieser Fees, die du zahlst, die Transaction-Fees, die Tron-Gebühren, wieder zurückzuerhalten. Dafür musst du SST staken, ja. Und zwar 25.000 SST. Und das ist, ja, ziemlich wenig, würde ich mal sagen. Ja, also 25.000 SST sind 120 Dollar aktuell gerade mal. Und dann würdest du für jeden Swap, der durchgeführt wird, einfach eine Übersicht bekommen, ja, wie viele Gebühren bekommst du dann in SST zurück. Ja, man braucht sich aber natürlich realistischerweise aktuell einfach nur mal die DEP-Radar-Zahlen angucken. Es swappen sehr wenig Leute aktuell. Es ist sehr wenig Aktivität einfach drin, ja. Im Bärenmarkt ist es nun mal so. Auch andere große Projekte. Ja, da passiert nicht so viel, was die Nutzung einfach angeht, wenn man das im Verhältnis setzt zum Bullenmarkt. Und, ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, einfach die Fees wieder zurückzuholen. Ja, nur als Verhältnis, als Beispiel. Hier würdest du jetzt 25.000 SST staken, würdest du bei jedem Swap dann 100% der Fees zurückbekommen. Ich glaube, einmal im Monat wird diese Fees-Rückgestattung gemacht. Ja, wenn du komplett kostenlos hier Transaktionen durchführen willst bei Tron, nicht nur Swaps, sondern auch Smart-Contract-Interaktionen, dann musst du Tron staken. Ja, wenn du ein paar hundert Dollar in Tron gestaked hast, dann kannst du auch komplett Smart-Contract-Interaktionen kostenlos haben. Dieser Fees-Refund betrifft nur die Swaps auf der Social Swap-Decks und nicht die Smart-Contract-Interaktion. So, Franz, wieso wird SST nicht auf Twitter beworben? Okay, warte, die Frage bin ich nicht gesehen. Aber SST ist auf Twitter. Alle Postings, die wir auf Telegram oder anderen Social-Medios machen, die werden auch auf Twitter gemacht. Falls da mit Werbeanzeigen gemeint sind, Werbeanzeigen für DeFi-Projekte sind auf Twitter nicht möglich, auch auf Google und Instagram nicht möglich. Deswegen ja auch der Trick mit der High-Value Academy, wo das indirekte Marketing eben möglich ist. Also direkte Werbeanzeigen auf Twitter sind hier nicht möglich. Aber wir posten auf Twitter und sind aktiv auf Twitter, auf alle Fälle. Dirk fragt, warum gibt es für die englische Community keine regelmäßigen Live-Meetings, also Zoom-Calls, auf denen man stabil aufbauen kann? Da gibt es mehrere Gründe dafür. Einer der Hauptgründe ist, weil sie schlecht besucht waren. Das hat einfach damit zu tun, schätze ich mal, wegen Zeitzonen-Probleme. Keine Ahnung, waren einfach schlecht besucht. Aber ist ein guter Punkt. Wir können gerne mal wieder so einen Test fahren, wenn wir jetzt englischen Content auch wieder auf unserem YouTube-Kanal, wo fast nur deutscher Traffic ist, mal wieder posten, wie viele Klicks es bekommt. Aber interessanterweise konnte man auch jedes einzelne Video sehen. War bei englischem Video auch wirklich internationaler Traffic drauf? Nein, meistens wurden englische Videos auch von deutschen Leuten einfach geschaut. Insofern haben eben Zoom-Calls auf Englisch für uns weniger bedeutet. Die Kommunikation mit international läuft halt einfach nicht so wie bei der deutschen Community über Zoom, über YouTube, über Videos, über Live-Calls ab, sondern läuft einfach anders ab. Richtig. Aber ich sage mal, so der Englische, wir haben es ja immer wieder mal probiert, Eike, also da ein bisschen was zu machen. Es ist einfach viel zu wenig Aktivität auch. Und es gab jetzt nicht wirklich Lieder aus dem englischsprachigen Raum. Wir hatten immer wieder mal ein paar Leute auch in Dubai dabei, die ein bisschen was gemacht wollten, aber dann kamen sie aus Singapur oder sonst wo. Dann war das live immer sehr, sehr schwierig. Und es hat einfach die Zeit, ich sage mal, die man investiert hat, da kam einfach gar nichts zurück. Das Verhältnis hat überhaupt nicht gestimmt. Also es war auch irgendwie gefühlt immer so, dass wir im Deutschen einfach die stärkste Präsenz haben. Ob wir vielleicht von Anfang an hätten auf Englisch starten können, wären wir dann so groß geworden im deutschsprachigen Raum. Ja, das sind natürlich alles Fragen, die man jetzt nur spekulieren kann. Aber ich bin immer offen auch dafür, in der englischen Community was zu machen. Aber man braucht eine englische Community. Und die Frage ist auch an dich, Dirk. Ja, wie viele Leute hast du im Englischsprachigen, die einfach Interesse an sowas haben? Und im Optimalfall bilden sich die Teams dann selbst. Und da kann man da was gemeinsam anschieben. Aber hey, gucken, 2023 hat gerade erst gestartet. Vielleicht tut sich ja was. Absolut. So, Sauerländer fragt. Habt ihr euch schon mit der Mika-Regulation auseinandergesetzt? Nö. Also Mika ist letztendlich eine Verordnung über, eine Kryptoverordnung der Europäischen Union. Also das steht dann für EU, Markets in Crypto Assets, Mika. Ja, die, da geht es halt viel um das Thema Regulierung, viel um das Thema Lizenzen. Wer darf in Europa was anbieten? Verbraucherschutz. Also dass man halt in Europa nur noch künftig mit Lizenz operieren darf. Und so weiter und so fort. Aber die Frage ist natürlich bei sowas, inwiefern das wirklich dann auch greifen kann bei dezentralen Projekten. Ja, das vor allem, wenn wir jetzt das ganze Projekt in DAO überführen. Natürlich wird es auch wieder später regulieren gehen. Aber wenn solche Smart Contracts einmal stehen, ist es halt immer sehr, sehr schwierig. Ja, also es wurde eh noch nicht drüber entschieden, über diese Mika-Geschichte. Aber diese Verordnung, ich sehe die eh sehr, sehr kritisch. Ja, ob vielleicht ist es eher ein Hindernis, vielleicht ist es eher ein Katalysator dann für den Bulgarten. Es ist schwer zu sagen, ja. Aber es ist klar, Regulierung wird immer tougher. Wir sehen es auch nach FTX, ja. Und früher oder später wird man an diesen ganzen Sachen nicht vorbeikommen. Aber der dezentrale Bereich, der wird halt auch weiter wachsen. Und der dezentrale Bereich doesn't care really, ja. Was irgendwo geschrieben steht, wenn du ein Smart Contract irgendwo in der Blockchain hast, der ist einfach unveränderlich, ja. Und man kann natürlich dann darüber diskutieren, inwiefern sowas sinnvoll ist oder nicht. Aber da müssen wir einfach mal abwarten, ja. Wo da die Reise hingeht und welche Lizenzen dann wirklich nötig sind. Ja, abwarten und teetreten. Follower, frag. Kann man integrieren, wie lange, wie viele SST gelockt sind? Man sieht nur Gesamtmengen im SST-Pool, aber nicht ob zwei Jahre, eine Woche und so weiter. Also die Gesamtmenge sieht man auf alle Fälle, wie viel SST zum Beispiel in einem Pool gelockt sind. Man sieht auch die Durchschnitts-Locking-Period, die ist ja extrem hoch bei uns. Das ist ja eine wirklich tolle Kennzahl, die mich auch sehr motiviert, die Leute sehr lange gestakt haben. Sprechen wir ein bisschen drüber. Dennis, du bist hier ein Vollprofi, du bist in einem Projekt über zehn Jahre im Staking investiert. Sprechen wir vielleicht über das Thema Staking-Leiter. Etwas, was mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefällt, ist, ich sehe das jetzt auch häufiger, Leute haben jetzt kurzfristig ein paar Stakes gemacht, auf zehn Wochen, aber auch viele langfristige Stakes gemacht. Ich habe ja schon häufiger darüber gesprochen, nehmt euch auch gerne Stakes auf ein bestimmtes Datum, zum Beispiel das Halving 2024. Also wenn ihr dahin Stakes macht, ich kann mir einfach schlecht vorstellen, dass wir da nicht in einer tollen, wirklich bullischen Stimmung sein werden, im Jahr 2024. Oder auf euren Geburtstag oder auf Weihnachten. Ich mache das auch bei anderen DeFi-Projekte, die eben diese Locked Stakes oder diese Delayed Gratification, so nennt man das auch, Protokolle anbieten, wo man sich wirklich im Terminkalender ein Datum aussucht, wo diese Dinge auslaufen. Das ist vielleicht auch etwas, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr an eure Locked Stakes denkt. Sucht euch vielleicht ein Datum oder Termin aus, wo ihr vielleicht wirklich eben irgendwas darin seht, was auch vielleicht eine Bedeutung hat. oder natürlich Maximum Lock. Aber Dennis, reden wir da vielleicht noch ein bisschen auch drüber. Also ich sage mal, die Frage ist natürlich berechtigt. Letztendlich könnte theoretisch jeder User, wenn er die nötigen Programmierfähigkeiten hat und die Smart Contracts auslesen lässt, diese Informationen extrahieren, wann welches Stake von welchem Wallet, wie lange läuft. Bei anderen Staking-Projekten gibt es solche Übersichten. Da sieht man genau, an welchem Tag enden wie viele Coins, wie viele neue Coins kommen auf den Markt. Das wurde aber immer von den Usern programmiert, weil das halt einfach extrem viele Abfragen sind. Man muss wirklich da jede einzelne Transaktion in diesem Smart Contract durchgehen, aufarbeiten, grafisch auswerten und so weiter. Das war jetzt bei uns keine Priorität. Da sind wir einfach auch, ich sage mal, ein bisschen zu klein für, was die gelockte Summe angeht. Das sind ja jetzt hier nicht Multimillionen, wie es in anderen Projekten sind oder hunderte Millionen teilweise, sondern relativ überschaubare Summen. Aber ich finde die Idee grundsätzlich spannend, zum Beispiel so eine Übersichtsseite zu haben, wo man sieht, okay, in dieser Woche kommen so und so viele Millionen aus dem Locking raus. Da kommen wenige, weil dann könnte man theoretisch auch seine Locking-Period timen auf den Zeitpunkt, wo vielleicht nicht so viele Coins rauskommen. Weil vermutet man, dass wenn viele Coins rauskommen, wird der Abverkauf höher. Vielleicht sinkt der Preis und so weiter. Das sind einfach so ein paar Zahlen, die man natürlich gerne hätte, wo ist das halt nicht ganz so leicht auszulesen und immer mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, solche statistischen Sachen auszuwerten aus der Blockchain. Aber definitiv finde ich spannend. Ja, sollten wir mal einfach mal auf dem Plan haben. Vielleicht ist das was. Vielleicht hat auch jemand Lust, aus der Community das zu programmieren. Das wollte ich gerade sagen. Wir hatten ja Programmierer gerade im Launch, die einfach die Infoseite programmiert haben. Die haben wir ihnen dann auch abgekauft und so weiter. Aber wirklich Programmierung, die selbst eigenständig am Projekt gearbeitet hat. Vielleicht ist das auch etwas, was euch interessiert. Aber Dennis, kommen wir zur letzten Frage, weil damit es nicht deutlich länger als eine halbe Stunde geht. Frage ist es nicht. Das ist eher eine Aussage von Botak. Danke, dass ihr in so einer Marktsituation einen armer macht. Zusammen und mit Geduld werden wir alle als Gewinner rausgehen. Weiter so alle zusammen und nicht von den Emotionen leiten lassen. Das ist natürlich wirklich ein schöner Kommentar und danke dafür auf alle Fälle. Es ist sicher das, was uns einzigartig macht. Ja, weil viele Projekte jetzt in dieser Marktsituation gestorben. Ja, viele Projekte einfach nicht mehr erreichbar. Webseiten down. Also hier gibt es wieder furchtbare Geschichten. Schaut bitte wirklich, wenn ihr nur eine Sekunde an das Durchhaltevermögen von Dennis, kann man da hier eh nicht dran zweifeln, aber von uns zweifeln. Geht aber nur auf Dennis' YouTube-Kanal, der im Bärenmarkt trotzdem noch jeden Tag ein Video rausgeknallt hat. Das Durchhaltevermögen ist da. Die Kreativität ist da. Die Ideen sind da. Jetzt auch Fixkosten so tief, also auch die Kostenstruktur ist da, um das Projekt erfolgreich zu machen. Was wirklich der Auslöser ist, den der Erfolg wirklich auch bringt, das wissen wir heute noch nicht. Wann dieser Erfolg kommen wird. Ja, aber Anu, da muss ich kurz einhaken. Wir haben nämlich ja auf der Folie darüber gesprochen, dass wir neue Listings dieses Jahr haben. Ja, das ist ein cooler Punkt. dabei. Da sind wir halt jetzt gerade dabei, das ein bisschen zu analysieren. Und das, was dahinter steckt von der Idee, finde ich brutal spannend, wie dieses Projekt letztendlich da entsteht. Und das wird halt dann, wenn das alles klar, bei uns launchen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch in die Presse kommt, dass darüber gesprochen wird, weil es einfach für Tron was komplett Neues ist. Aber auch, ich glaube, für die Kryptowelt im Gemeinen einfach neu ist und spannend ist. Und das ist ein Thema, was gerade extrem gehypt wird, auch in diesem Zusammenhang. Also, da könnt ihr in den nächsten Wochen, Wochen weiß ich vielleicht nicht, aber nächsten paar Monaten, ja, können wir ein bisschen mehr darüber verraten. Und dann werden wir definitiv Listings haben, ja, und weitere Coins haben, die mit SST gepairt sind dieses Jahr. Und ich glaube, das kann wieder Bewegung sorgen, vor allem auch wieder mehr Spaß reinbringen. Denn das eine Listing, wo wir drüber gerade sprechen, ja, ich finde es extrem spannend. Extrem spannend. Ne, es wird sich einiges tun dieses Jahr. Dennis ist hier sehr optimistisch, was diese Listings angeht. Ich muss sagen, ich auch. Es bringt frisches Geld ins Projekt. Es bringt neue Aufmerksamkeit ins Projekt, ja, neue Holders und so weiter. Also, es ist wirklich genial, wirklich spannend. Es bringt der Börse Geld, also wirklich viele Vorteile, ja, also dementsprechend. Danke für diesen genialen Abschlusskommentar, ja, und danke an die Community für euer Vertrauen, für die Zusammenarbeit und, ja, für ein gutes 2023 werden wir sorgen, ja, wir sind optimistisch. Und wie ihr wisst, geht man einfach nicht auf. Also, Unkraut vergeht nicht, oder wie heißt es denn, ich glaube schon.